Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern 3. Liga 2018-2019, 2. Spieltag Sonnenhofgross Asbach gegen Kaiserslautern SG Sonnenhofgross Asbach gegen Kaiserslautern Entgebnis 1 zu 1 Startelf, SG Sonnenhofgross Asbach Brüll, Pavlan, Pavian, Leist, Brügger Ikel, Brüssel, Schoropa, Echer Owusu, Rötiger, Karziler Stadelf von Kaiserslautern Sievers, Dick, Kraus, Hanold, Sternberg, Alpäck, Frechner, Himmlein, Zug, Spafis, Biadab Das war's von SG Sonnenhofgross Asbach gegen Kaiserslautern Mitternacht 39